Mein Name ist Daniel Ehrens, ich bin bei Dr. Klein für das Thema Baufinanzierung, Immobilienfinanzierung, Modernisierungsfinanzierung und auch Ratenkredite zuständig. Aufgrund meiner vorangegangenen Tätigkeit bei der LBS West habe ich einen Partner gesucht, der mir ein modernes Unternehmen bietet, der eine vielschichtige Denkweise modern anbringt und das ist mit Dr. Klein einfach der richtige Partner. Ich berate die Kunden hier so, wie ich selber für ein Thema beraten werden wollen würde, bei dem ich Hilfe brauche. Viele meiner Kunden schätzen, dass ich all meine Expertise aus den letzten Jahren mit in die Beratung reinlege und sie dadurch das bestmögliche Ergebnis erzielen kann. Der größte Spaß an dieser Sache hier ist, dass ich die Leute bei den meisten den größten Schritt in ihrem Leben begleiten darf, spiegelt eine große Dankbarkeit wider und es ist immer wieder schön, genau dabei ein Part zu sein oder auch der Part zu sein, der es dann auch möglich macht. Meine Freizeit gehört zum größten Teil dem Motorsport, aktiv als auch passiv. Ansonsten verreise ich auch sehr gerne. Neben dem Thema Motorsport ist meine Familie natürlich das Wichtigste. Ich würde jedem Baufi-Anfänger empfehlen, zunächst das Gespräch bei einem unserer Kollegen oder mir zu suchen, um herauszufinden, was ist eigentlich das richtige Preisbudget. Es ist sehr schade, wenn die Kunden sich auf die Suche machen, Termine machen, Immobilien besichtigen, die vielleicht gar nicht zu ihnen passen. Das ist sehr schade, wenn die Kunden sich auf die Suche machen, und sie kamen. Bis zum nächsten Mal.